Wie geht es aus? Besuch es heute. Wie geht es mit dem Blumen? Hab ich doch schon. Tut es überhaupt so? Nee. Jetzt hast du ihn schon fast gefressen. Wahnsinn. Jetzt hast du ihn schon fast gefressen. . . … … . Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!